Ich bin Jonas Hirzig, ich arbeite bei der Firma Schall Routo im vierten Lehrjahr. Als Kältensystem-Monteur halte ich Anlagen nicht in Stand halten, reparieren oder neu bauen. Man ist einmal hier und einmal dort. Man lernt immer dazu. Und es ist, glaube ich, niemand so abwechslungsreich wie in diesem Beruf. Auf jeden Fall eine Freiheit, die man hat, sobald man mal selbstständig unterwegs ist, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man wird irgendwie beobachtet. Alles, was man eigentlich gelernt hat, kann man umsetzen. Und ab dem Moment, wo man weiss, ob der Kunde ihm vertrauen kann und wir arbeiten selber, das ist schon ein super Gefühl. Also die Herausforderungen im Beruf sind sicher, wenn man auf neue Anlagen kommt, wo man noch nie drauf gearbeitet hat. Und sehr Bandbreite, sorry. Ja, wenn man ein anderes Wort braucht, dann könnte es zusammen sein. Das ist einfacher, dankeschön. Und der Beruf hat einfach eine riesige Bandbreite. Und da muss man einfach ein bisschen Bescheid draussen und drüber bewahren. Ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen kühlschränkt zusammenschauen, dass es auf dem Suchen kalt ist, dass du im Sommer nicht schwitzt. Das ist das, was mein Kollege denkt. Das sind Vorurteile, das gehört dazu. Aber die nehme ich auf. Ja, ist ja so. Auf jeden Fall traut dir etwas. Manchmal kannst du mehr, als du denkst. Und ab dem Punkt, wo du das erste Erfolgserlebnis hast und selber unterwegs bist, von dann an geht es nur noch bergauf, bergauf, bergauf. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020